Hier einige Tipps für den Umgang mit Ihrer Glasdiagnosewaage BG51XXL von Beurer. Beachten Sie Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise. Legen Sie die Batterien ein. Stellen Sie die Waage auf einen festen Untergrund. Zum Einschalten stellen Sie sich kurz auf die Waage. Sollten Sie eine reine Gewichtsmessung vornehmen wollen, stellen Sie sich einfach auf die Waage. Für den Betrieb als Diagnosewaage speichern Sie bitte zunächst Ihre persönlichen Daten ein. Starten Sie mit der Set-Taste. Wählen Sie dann mittels der Pfeiltasten einen freien Speicherplatz aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Set-Taste. Anschließend erfassen Sie auf gleiche Weise Größe, Alter, Geschlecht und Aktivitätsgrad. Die Waage zeigt nun 0.0 kg und ist zur Messung bereit. Für eine Diagnosemessung gehen Sie wie folgt vor. Drücken Sie die Set-Taste. Wählen Sie mit der Pfeiltaste Ihren persönlichen Speicherplatz. Warten Sie bis 0.0 erscheint. Steigen Sie barfuß auf die Waage. Stehen Sie ruhig und mittig zwischen den beiden Elektroden. Die Messergebnisse werden in folgender Reihenfolge angezeigt. Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil, Knochenmasse, Kaloriengrundumsatz, BMI. Steigen Sie nach der Messung von der Waage. Die Waage schaltet sich automatisch ab. Ihre Messwerte werden gespeichert. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer Diagnosewaage BG51XXL von Beurer. Bleiben Sie gesund!